Vor langer Zeit lebte ein weiser Lehrer mit seinen Schülern an einem ruhigen Ort. Einer der Schüler ging jeden Tag in das nahegelegene Dorf, um nach Essen zu fragen. Auf dem Weg kam er an einem Fluss vorbei. Eines Tages, als er auf dem Weg zum Dorf war, bemerkte er einen jungen Jungen, der sich hinter einem Baum versteckte und etwas Interessantes ansah. Der Schüler ging zu dem Jungen und fragte leise, »Hey, was fängt deine Aufmerksamkeit?« Der Junge sah zurück und flüsterte, »Kannst du das nicht sehen? Ich beobachte diese hübschen Mädchen.« Der Schüler schaute auch in die gleiche Richtung und sah, dass einige Mädchen im Fluss badeten. Er sagte, »Oh, das ist nicht richtig. Du solltest sie nicht so beobachten.« Der Dorfjunge antwortete, »Kannst du nicht sehen, wie schön diese Mädchen sind? Ich bewundere Schönheit. Sieh dir ihre Schönheit an. Sie sind faszinierend.« Als der Schüler das hörte, begann er, diese Mädchen zu beobachten. Sobald Gedanken der Begierde in seinem Kopf aufkamen, versteckte er sich auch hinter dem Baum. Als er sich versteckte und diese Mädchen ansah, begann er innerlich zu zittern und fragte sich, »Was mache ich? Bin das wirklich ich? Das ist nicht richtig. Ich sollte von hier verschwinden.« Er verließ schnell den Ort und erreichte das Kloster. Nach seiner Ankunft beschäftigte er sich mit seiner Arbeit, aber was er gerade gesehen hatte, kam immer wieder vor seine Augen. Die gleiche Szene spielte sich in seinem Kopf ab und sein Verstand versuchte, dieselbe Szene erneut zu sehen. Es fühlte sich nicht so an, als ob er arbeiten könnte. Am nächsten Tag verließ er aus Neugierde etwas früher, um diese Mädchen wieder zu sehen. Er ging erneut zum Flussufer und begann, die Mädchen zusammen mit dem Dorfjungen zu beobachten. Es wurde zu seiner täglichen Routine. Er verließ das Kloster, kam zum Flussufer, versteckte sich hinter einem Baum und beobachtete die Mädchen. Sein Verstand war jetzt nicht mehr mit der Arbeit des Klosters und der Meditation beschäftigt. Stattdessen war er immer in Gedanken bei den Mädchen. Als sein Meister sah, dass er in Gedanken verloren war, verstand er, dass etwas nicht stimmte. Eines Tages rief der Meister den Schüler und sagte, »Heute werde ich mit dir gehen, um nach Essen zu fragen.« Als der Schüler das hörte, bekam er Angst und sagte, »Nein, Meister, bitte mach dir keine Mühe. Ich werde selbst gehen und Essen im Dorf erbetteln.« Der Schüler verließ das Kloster und sobald er ging, begann der Meister ihm zu folgen, um die Sache herauszufinden. Nach einiger Zeit erreichte der Schüler das Ufer des Flusses. Dort versteckte er sich hinter dem Baum, wo der Dorfjunge bereits anwesend war. Dann begannen beide, die Mädchen anzusehen. Als der Meister das sah, war er schockiert. Der Meister stand hinter seinem Schüler und fragte mit lauter Stimme, »Bist du hier, um bei diesen Mädchen zu betteln?« Der Schüler drehte sich um und war schockiert, seinen Meister zu sehen. Er begann vor Angst zu zittern. Als der Dorfjunge das sah, rannte er von dort weg. Der Schüler flehte seinen Meister an. »Bitte vergib mir. Dieser Junge hat mich in die Irre geführt, und ich bin in diese Misere geraten. Ich versichere dir, dass dies nicht wieder passieren wird.« Der Meister antwortete ruhig, »Erinnere dich, mein Kind. Die Gesellschaft, die du suchst, beeinflusst dich. Umgebe dich immer mit Gutem, und du wirst gut werden. Aber wenn du dich mit Schlechtem umgibst, wirst du schlecht werden. Halte daher immer gute Gesellschaft. Jetzt kehren wir in unsere Einsiedlei zurück.« Sie kehrten beide in die Einsiedlei zurück. Der Schüler distanzierte sich vom Dorfjungen, aber nach und nach wurde er wütend und frustriert. Er begann, seine Mitbrüder anzufahren, und konnte sich nicht auf seine Meditation konzentrieren. Eines Abends spürte der Meister seine Unruhe und fragte ihn, was los sei. Der Schüler weinte und sagte, »Meister, seit diesem Vorfall am Fluss kommen schmutzige Gedanken über Frauen immer wieder in meinen Kopf. Je mehr ich versuche, sie zu stoppen, desto stärker werden sie. Ich bin völlig verloren. Was soll ich tun? Bitte sag mir.« Der Meister führte ihn in den Garten und sagte, »Betrachte deinen Geist als einen Garten und Gedanken als Samen. Wenn du Samen giftiger Pflanzen pflanzt und sie täglich gießt, wird dein Garten bald voll von diesen giftigen Pflanzen sein. Wenn du jedoch beschließt, keine Samen giftiger Pflanzen mehr zu pflanzen und stattdessen schöne Blumen zu pflanzen und zu pflegen, werden die giftigen Pflanzen mit der Zeit verkümmern, und dein Garten wird allmählich mit lebendigen und schönen Blumen gefüllt sein. Ähnlich wachsen die Gedanken und Bilder, auf die wir kontinuierlich unsere Aufmerksamkeit richten und beherrschen unseren Geist. Wenn wir beschließen, unsere Aufmerksamkeit auf positive und gesunde Gedanken zu lenken und diese zu pflegen, werden die negativen oder schmutzigen allmählich verblassen. Der Schüler fragte, »Abermeister, während der Meditation ist mein Geist von schmutzigen Gedanken überflutet. Wie kann ich das verhindern?« Der Meister antwortete mit einem sanften Lächeln, »Kämpfe nicht gegen diese Gedanken.« »Je mehr du versuchst, diese Gedanken zu unterdrücken, desto stärker werden sie. Indem du versuchst, sie zu unterdrücken, hängst du dich unbewusst an sie. Zu sehr an diesen Gedanken zu hängen, verstärkt ihren Einfluss auf dich noch mehr. Lass die Gedanken kommen und gehen. Beobachte sie ohne Urteil. Betrachte es wie das Anschauen eines Films. Wenn du emotional an die Geschichte gebunden bist, reagierst du auf jede Wendung. Aber wenn du verstehst, dass es nur Fiktion ist, bleibst du unberührt. Ähnlich beobachte während der Meditation deine Gedanken, als wären sie nur Projektionen auf der Leinwand. Bleibe bewusst und gegenwärtig, und bald wirst du Gelassenheit finden.« Der Schüler nahm den Rat seines Meisters zu Herzen und begann, ihn in seinem täglichen Leben anzuwenden. Er bemühte sich bewusst, expliziten Inhalten aus dem Weg zu gehen und mit der Zeit begannen, seine aufdringlichen sexuellen Gedanken zu verblassen. Während der Meditation hörte er auf, seine inneren Gedanken zu bekämpfen und ließ sie natürlich fließen. Als Ergebnis fand er Frieden im Geist und ein Leben voller Glück und Gelassenheit. Wenn wir in unserem Leben schauen, werden wir feststellen, dass viele Menschen, insbesondere junge Menschen, manchmal mit unerwünschten sexuellen Gedanken kämpfen. Diese Gedanken können uns sogar beim Meditieren stören. Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Gedanken nicht zufällig sind. Sie kommen oft von Dingen, die wir zuvor gesehen oder gedacht haben. Es ist jedoch natürlich, sexuelle Gefühle zu haben, aber sich auf sie zu fixieren, ist nicht gesund. Wenn du ständig an Sex denkst, liegt das daran, dass du diese Gedanken in deinem Geist wachsen lassen hast. Einige Menschen sehen explizite Inhalte im Internet und haben dann das Gefühl, ihre Gedanken nicht kontrollieren zu können. Die Lösung besteht darin, deinen Geist nicht solchen Inhalten auszusetzen. Keine Panik, wenn diese Gedanken während der Meditation oder im täglichen Leben auftauchen. Wie beim Reinigen unseres Hauses kommt der ganze Müll heraus. Ähnlich, wenn wir meditieren, beginnt der ganze Müll des Geistes herauszukommen. Meditation kann tatsächlich helfen, unseren Geist zu reinigen. Der Schlüssel ist, diese Gedanken ohne Anhaftung zu beobachten, genau wie das Anschauen eines Films ohne Emotionen. Mit der Zeit wird dein Geist friedlicher und du wirst die Freude der Meditation finden. Sähe also keine Samen dieser Art in deinen Geist und praktiziere Meditation, um deine Gedanken zu reinigen.